Hallo und herzlich willkommen bei Reddog Gamble. Heute ist Wochenende, also in 5 Minuten ist Samstag und ich mache heute das Video für, ich mache jetzt das Video für Samstag und gleich danach für Sonntag und ich werde mal sagen, ich muss ja hier diese Kleine noch alle aufwerten, wir fangen einfach von rechts nach links an, schauen wo wir ankommen. Genau, fangen wir mal mit den Franzosen an, also viel Spaß. Ok, und die erste Runde geht gleich los. Tanzer sind alle da. Auf geht's! Schnell, über ein Loch nicht mehr gesteht. Ich fahre jetzt in der Solange. Die haben schon eingekillt von uns. Nein. Ich wurde entdeckt. So eine und die sind fertig. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Der ging nicht durch. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Wir haben sie bös erwischt. Kette repariert. Weiter geht's. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie voll erwischt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Er ging nicht durch. Wirkungstreffer. Wir haben sie voll erwischt. Wir haben sie voll erwischt. So, noch zwei Panzer sind da. Oh. Das bringt drei RKW. Zerstört. Volltreffer. Das muss wehtun. Der ging nicht durch. Ja. Schön. Supi. Also den brauchen wir schon nicht mehr. Der ist fertig. Dann gehen wir gleich zum nächsten rüber. Mal schauen. Was für das war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber will ich gleich sehen. Mal schnell hier alles anschauen. Wie die... ...Wertung ist. Oh, ich muss mein Video anschauen. War eh schlecht. Egal. Gut. Ich schau mal das Video an. Dann gehts weiter. Bis gleich. Okay. Mit den... ...M5A1 Stuart gehts weiter. Das war der... ...Chinese glaube ich gerade. ...M5A1 Stuart gehts weiter. Ich hoffe ich hab so einen... ...Froschenhals. Ich weiß nicht. Ich hab bestimmt gerade wegen Livestream die ganze Zeit geredet. So. Noch so einer und die sind fertig. Wir gehen glatt durch. Wir gehen. Ach so einer. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Der ging glatt durch. Was soll ich denn hier durchschlagen? Hier ist auch alles rot. Der ging voll durch ihre Panzerung. Dann drehe ich ein bisschen weiter nach rechts. Ach Mensch. Wieder einen Abschuss für uns. Supi. So, jetzt mal. Das wird total gefährlich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Okay. Jetzt muss ich ganz schnell vorbeifahren. Dass er mich nicht anläsieren kann. Okay. Wir haben sie voll erwischt. Okay. Da ist die Klappe. Volltreffer. Super. Wirkungstreffer. Los. Los. Das ist schneller. Lad schneller hin nach. Wir haben sie. Noch ein Schuss. Da ist es. Wow. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Nice. Ah. Schön. Jo. Und dann geht's bis zum nächsten Kameraden. Wir haben wir hier alles anschauen. Zweitbeste. Vier Daumen sind. Nice. Forschung. Ja. Ich kann den nächsten entwickeln. Oh. Shit. Den zweitmeisten Schaden gemacht. So. Ich schau mir das Video an und dann. Bis gleich. Okay. Und die nächste Runde geht los. Mit den Chi-He. Verwägung. Den Japaner und ich jetzt unterwegs. Ja. Ja. Ich lese. Ein bisschen kapang. Das runter schraube ich. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ach. Welten wir. Aber ist. Ha! Der ging voll durch Ihre Panzer rum! So! Eine unserer Ketten wurde getroffen! Zirkungstreffer! Eine unserer Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Noch so eine und die sind fertig! Ich lade es so lange nach! Wir haben sie voll erwischt! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Noch so! Gegnerfahrzeug aufgeschaltet! Boah, ein bisschen tiefer! Ich werde aufwesiert! existingstm hab ich nicht berührt, äh, nicht getroffen, berührt, gewollt, supi, schon wieder gewonnen so, wollte ich hier mal Treibung führen, ich glaub, Treibung ist immer Treibung, genau, reicht hier auch vollkommen Platz Nr. 3 und wieder, oh ja, schau mir gleich an, uh, der zweitbeste aus meinem Team allgemein, würde ich sagen, war ich der zweitbeste gut, dann schau mir das Video an und dann bis gleich ah ne, das war's ja schon Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn du aber nächstes Jahr mehr seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, tschau tschau ok Bis zum nächsten Mal.